Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Die ersten Bilder von Loba sind aufgetaucht, die möchte ich euch hier im Detail nochmal zeigen. Freundlicherweise von einem YouTube-Kollegen namens iLootGames zur Verfügung gestellt, natürlich nicht für mich persönlich. Das ist natürlich klar, das ist ein Dataminer, der regelmäßig die Quellcodes aus Apex Legends auseinander nimmt und ein bisschen was veröffentlicht, was Respawn nicht immer so gefällt, weil es so ein bisschen natürlich ein Spoiler ist für das, was in Zukunft noch kommt. Ihr habt es im Thumbnail ja sicherlich schon gesehen, dass es um Loba geht. Das sind Originalbilder, wie sie in Zukunft aussehen wird. Wir können natürlich davon ausgehen, dass sie in Season 5 erscheinen wird. Alles andere macht keinen Sinn. Ich zeige euch jetzt so ein bisschen einen Rundumblick, wie Loba aussieht. Das ist Bildmaterial von iLootGames logischerweise. Ich kann gerne die Fähigkeiten von Loba ganz zum Schluss des Videos, wer die nicht kennt, nochmal euch erzählen. Es gibt auch eine Art, einen Gegenstand, mit dem sie eine bestimmte Fertigkeit aktiviert. Die wird in dem Video auch gezeigt. Mache ich nochmal einen Extracut, um euch das genauer zu zeigen. Auf jeden Fall ist Loba mega, mega geil gelungen. Das ist dieses kleine Mädel übrigens, kann ich euch hier auch mal noch einblenden, aus dem Stories from the Outland Trailer von Revenant ganz am Anfang zu Season 4. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Bildern und danach komme ich nochmal kurz wieder und sage euch die Fähigkeiten rund um Loba, die dann vermutlich in Season 5 im Spiel sein wird. Ich erzähle jetzt nochmal was zu den Fähigkeiten für alle, die die nicht kennen. Ich lese es mal so ein bisschen ab, weil ich es einfach nicht im Kopf habe. Und zwar ist die erste Fähigkeit Eye of Quality, nennt sich das. Und zwar kann Loba Loot, der in der Nähe ist, durch Wände sehen. Ob man das vorher aktivieren muss, das werden wir dann sehen. Dann gibt es die nächste Fähigkeit, die nennt sich Supply for Demand. Halte einen Knopf, um einen bestimmten Loot-Typ auszuwählen, der dann auch durch Wände sichtbar sein wird. Als nächstes eine Fähigkeit, die nennt sich Booklars Best Friend. Werfe eine Disc und teleportiere dich genau an diese Stelle, wo diese Disc landet. Ich blende euch jetzt hier mal die Disc ein, die nehme ich in dem Video zu iLoot Games. Geschichten rund um Loba auch zu sehen ist, das ist wie so eine Art Armreif. Und als letztes Black Market Boutique, place a device that can steal all nearby loot. Also ihr könnt eine Art Gegenstand werfen, der den Loot in der Nähe stehlen kann. Wahrscheinlich, wenn ihr durch eine Wand dann diesen Loot seht, schmeißt ihr diese Fähigkeit. Ich gehe davon aus, dass es die ultimative Fähigkeit sein wird. Die schmeißt du irgendwo hin und kannst dann wahrscheinlich, stellt euch vor, ihr steht vor einem Gebäude, ihr seht den Loot durch die Wände, dann schmeißt ihr diesen Gegenstand. Und dann zieht das quasi den Loot aus dem Gebäude. Das ist zumindest die Art und Weise, wie ich mir vorstellen könnte, dass das kommt. Und bevor ich es vergesse, am 24. April, das wird von iLoot Games in dem Video nämlich auch genannt, soll es einen Teaser rund um Loba geben. Ob das In-Game-Teaser mäßig was sein wird, ob das ein Trailer ist, das kann ich aktuell nicht sagen. Lasst euch da einfach mal überraschen. Natürlich, wie immer, sollte es da aktuelle Informationen geben, werde ich euch das auf diesem Kanal natürlich zeigen. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch schöne Ostern. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben an, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.